»Wahr auf,ahr auf,ahr du, deutsches Land, du hast genug geschlafen. Wenn du hast Gott an dich gesandt, wozu er dich erschaffen? Gebet es, was Gott dir hat gesandt, und dir getraut sein höchstes Land. Drum magst du gut aufwachen. Meister Walter, schön, dass ihr kommen könnt. Danke für die Einladung, Dr. Luther. Wupps-Konrad wird noch nachkommen. Er wurde vom Studenten aufgehalten. Aber ihr seid da, nehmt doch Platz. Ich danke euch. Meister Schwellertin lässt euch grüßen. Er ist ein ausgezeichneter Mann, als Hofkaplan beim Kurfürsten am rechten Platz. Ohne ihn hätten wir sicher nicht das Wort des Kurfürsten. Und seid ihr schon lange miteinander befreundet? Ja, gewiss. Ihr wisst, dass ich mich beim Kurfürsten nicht einfach so sehen lassen kann. Ja, mal die Spione des Kaisers würden ihn anzeigen, wenn ihr mit ihm auf vertrauten Fuß stehen würdet. Ich will ihm nicht schaden oder ihn in Bedrängnis bringen. Er liefert mich schon nicht aus, auch wenn man es ihm nahegelegt hat. Aber ich bin immer noch im Bann der römischen Kirche. Der Kaiser ist kein dummer Mann, aber unerfahren wie ein Kind. Friedrich der Weise hätte damals die Kaiserkrone nehmen sollen, als man sie ihm angeboten hat. Er war damals schon nicht mehr so ganz gesund. Aber wie geht es ihm denn? Ganz gut für sein Alter, aber er verlässt Thorgau nicht mehr so häufig, gerade wenn es kühl ist. Wir beten für ihn, dass er noch lange unser gnädiger Herr bleibt. Amen. Spalatin sagte, ihr wolltet den Gottesdienst ganz in Deutsch? Ach, die deutsche Sprache ist mir lieb und wert, aber an der Sprache allein liegt es nicht. Ich wünschte nur, wir hätten auch deutsche Lieder, Predigten, Evangelien, Psalmen. Aber das Wichtigste ist doch, dass alle eins verstehen, dass Christus die Vergebung aller Sünden ist. Gewiss. Aber ihr arbeitet doch daran. Wir hören im Gottesdienst jetzt immer das Neue Testament Deutsch. Und was singt ihr? Ja nun, ein paar deutsche Lieder, aber... Aber viel in Latein. Er lasst euch nur, Patrice. Josquin und andere haben Wundervolles getan für die Musik und für das Evangelium, auch in Latein. Es gibt noch nicht viel gute Musik in Deutsch, aber es gibt sie. In eurem Chorgesangbuch habt ihr einen großartigen Anfang gemacht, Meistermann. Ach, zu viel der Ehre. Wie sollten die allen einfachen Leute im Gottesdienst singen, wenn sie nicht ein guter Chor anleiten? Und wenn nicht ein guter Kantor mitsingt, singt Sparantin auch mit? Natürlich, er ist ja Mitglied der Hofkapelle. Er singt einen guten Bass. Ach, wenn wir noch mehr von eurer Sorte hätten. Wo sind die Dichter, die Komponisten, wo die Sänger und die Gemeinden, die einander das Evangelium zusingen? Wach auf, wach auf, du deutsches Land! Ich wollte euch doch noch etwas zu trinken holen. Wach auf, wach auf, du deutsches Land! Nein, nein. Wach auf, wach auf! Auch nicht besser. Wach auf, wach auf, du deutsches Land! Nein, so einfach. Ein kleiner Sprung zu Beginn vielleicht. Wach auf, wach auf! Ja, das ist schon besser. Wach auf, wach auf, du deutsches Land! Nein, das ist es auch noch nicht. Vielleicht so. Wach auf, wach auf, du deutsches Land! Ja, so geht's. Wir seien mal nach Arbeit. Ja, der Tag! Gott hat dir Christus seinen Sohn, die Wahrheit und das Leben. Sein Liebes dem Evangelium, auch sauter Gnade gegeben. Denn es ist die Liebes allein der Mann, der für den Welt zum Glück getan. Nein, der wird sonst noch nie leben. Moment, wenn es fertig ist, werdet ihr es singen. Okay, jetzt bitten wir uns den Meister öffnen. Hier der Epistel des kommenden Sonntags. Ja, ich weiß. Gut, und jetzt? Nun, übersetzt es ins Deutsche und dann singen die Töne. Das brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Es wird nicht gehen. Nicht auf diese Töne. Latein ist eben eine andere Sprache als das Deutsch. Gewiss, gewiss. Seit vier Jahren arbeiten einige unserer Leute daran, eine deutsche Messe zu schreiben. Übrigens auch Münzer und Karlstadt. Aber sie übersetzen einfach so. Sie leben nicht in der Sprache. Augen zu und einen Satz draus gemacht. Dolmetsch übersetzen ist etwas anderes. Wenn auf der anderen Seite der Elbe ein anderes Volk wohnte, müsste ich mit dem Boot übersetzen, um dorthin zu kommen. Am anderen Ufer würde ich lernen, wie die Leute reden, was ihre Worte sind. Käme ich zurück, könnte ich unseren Ratsleuten erklären, was diese zu Hut und Mantel sagen. Aber ich müsste schon Jahre mit ihnen zusammenleben, um sie zu verstehen, um ihre Sprache zu sprechen. Das Geschäft ist schwierig. Die anderen reden anders und singen anders. Ich weiß, was ihr meint, Dr. Luther. Die Lateiner sprechen und singen auch anders als wir. Sie singen lang, kurz, lang, kurz. Aber schwer, nein, nicht schwer. Ihr habt es begriffen. Daher wollte ich auch eure Hilfe. Eure Chorsätze sind deutsch gedacht. Nun seht meinen Versuch mit einem Abschnitt für die Adventszeit. Ja, das ist gut. So spricht man deutsch, so wollen wir es auch singen. Und dann das Evangelium. Ja, aber warum diese Tonart zum Evangelium und jene zum Evangelium? Nun, Paulus ist ein ernster, strenger Apostel. Doch, da wollen wir Oktavo Ton singen. Aber Christus ist ein freundlicher Herr. Dazu passt ein anderer Ton besser. Tja, jetzt müssen nur noch die Pfarrer singen lernen. Tja, ja. Aber wisst ihr, es muss jede Gemeinde so singen. Christus legt uns kein Gesetz auf. Nur, dass alles aus dem Gottesdienst verschwindet, was uns groß macht. Und nicht unseren Herrn Christus. Wohl wahr. Keine feste Ordnung. Aber wisst ihr, wenn Christus zu uns redet und wir mit ihm. Ja, was wollen wir da noch ordnen? Naja, aber werden das alle so sehen, Herr Luther. Nein, 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 gewiss nicht. Darum nehmen wir doch Rücksicht auf die Schwachen. Und geben ihnen eine Ordnung, dass sie wissen, wie es gehen kann. Aber wisst ihr, wenn alles neu ordnen, alles verändert, ohne Liebe geschieht, ja, dann ist es Sünde. Dann lasst uns sorgfältig arbeiten. Schritt für Schritt. Wie ihr Epistel und Evangelium angeht, das ist gut und richtig. Psalmen singen wir ja auch schon auf Deutsch. Aber da ist noch viel Arbeit zu tun. Und was ist denn wieder? Ja, ich suche immer noch Dichter und Melodisten. Na ja, eine natürliche Rolle. Und an meine Freunde werde ich auch schreiben. Gute Lieder müssen wir singen das Evangelium direkt ins Herz. Ja, das sagen eure Feinde auch. Luthers Lieder richten mehr Schaden an als seine Bücher. Wer sagt das? Doch was glaubt ihr, der bei Hofe alles ein und los geht? Aber seid ohne Sorge. Friedrich macht keine Zugeständnisse und Spalatin lächelt alles andere weg. Amen. Wenn es doch noch lange so bleiben würde. Ja, was ist, wenn Friedrich stirbt? Das fragt ihr mich. Die Kapelle wird aufgelöst. Das ist beim Kaiser und beim Kurfürsten dasselbe. Und ihr? Na ja, ich werde mir eine neue Arbeit suchen. Und da sei Gott vor. Aber ihr denkt doch sicherlich nicht zum ersten Mal darüber. Nein. Wisst ihr, wir haben in Torgau die Hofkarte. Wo immer Friedrich hingeht, nehmt ihr sie mit. Und dann gibt es da noch einen Chor im Gottesdienst. Und da hätte ich keine Mehrsinger. Nicht nur 10, sondern 20, 30, 40. Wer soll das bezahlen? Ja. Und wenn sie nun nicht angestellt werden, sondern sie würden freiwillig noch nicht singen. Ein Bürgerchor. Ja, warum nicht? Es gibt auch singende Bruderschaften. Und ihr habt ja als Student auch Porende singen müssen. Ja, sicher. Aber das war unser Lebensunterhalt. Wenn du singst, geben die Leute etwas ab. Ich habe euch singen hören. Euch und euer Weib. Was im Haus geht, geht um die Kirche. Eine himmlische Kantorei auf Erden? Bestehend aus Männern und Frauen? Erschreckt euch das? Nein, im Gegenteil, Herr Meister Walter. Ja. Damit singen ja noch mehr zusammen, als hier in meiner Kirche. Christenmenschen sind oft zu kommen, zum Singen. Schreibt Walter Lieder. Ich bringe sie den Chor dann bei. Genug für den Anfang. Gehen wir zu meiner Weibe. Die freut sich schon den ganzen Tag mit euch zu singen und zu musizieren. Das ist Rom und der Teufel hören. Sich ärgern und die Engel im Himmel sich freuen. Auf eurem Hof. Das ist das. Das war's. Das war's. Das war's. Die Wahrheit wird jetzt unterdrückt, will niemand Wahrheit erhöhen. Die Lüne wird gar fein gesprückt, man wird hier oft nicht schön. Da tut Gott noch Gottes Wort verbracht, die Wahrheit fröhlich auch verlacht. Die Lüge tut man nie in die Lehmann.